Warum, warum sollte man das nicht mögen? Ich mein, wir bauen Blöcke ab, wir spielen Minecraft. Das, wie, wie kann man sowas nicht mögen? Ich mein, what the fuck? Weil du bist dabei. Steffen, danke, danke. Ich mag mich auch ganz, ganz doll. Also Steffen und ich sind die besten Freunde, kann man so sagen. Und das war's. Could I burn to death? Das ist ja wunderbar, da ist einer verbrutzelt. Und da sagt einer nochmal zu mir, ich fail andauernd. Die Eisens hab ich grad wieder gefailt. Ich weiß, was zu tun ist. Wo ist meine Tür? Wo ist der Eimer? Braucht den Eimer. Jungs, wo ist der Eimer? Ich hab keine Ahnung, hattest du einen Eimer? Ich hab keinen Eimer. Ja, ich hatte einen Eimer, den hab ich hier irgendwo reingepackt. Ah ne, ich hatte doch keinen Eimer. Achso, das ganze, ah ne, da ist das Eisen. Ich hab nur vier oder so gebraucht. Herr Largo, wärst du doch so nett. Was denn? Ihn zu uns teleporten. Teleporten? Was denn teleporten? Ne Ahnung, bei mir vor der Tür sind... What the fuck? Irgendwelche eigenartigen Lichter. Ja Jan, ich hab mich etwas erschreckt. Guck mal bitte wie ich gestorben bin gerade. Ja ja, ich bin auch was gestorben eben. Ah, dankeschön. Du schubst mich hier wieder in die Lava. Try to swim in Lava, ja. Sehr schön. So intelligent ist der Typ, ehrlich. Schubst der mich da in die Lava rein? Habt ihr euch grad gegenseitig in Lava geschubst? Nein, natürlich nicht. Ich glaub ich bin hier grad über der Lava. Also, falls wir Obsidian brauchen, ich flute dann einfach. Wie vorhin. Nein, nicht fluten gerade. Du musst dann mal deine Dienste anspuchen. Seine Dienste? Das kostet aber bald. Seine Dienste? Uh. Ich hab' dacht, dir seid Geschwister. Wenn du mich zu bieten als Kai. Steffen. Oh, Spieler wurde nicht gefunden. Lutt. Luttig? Wolltest du grad Luttig schreiben? Ja. Nice one. Jetzt schubst du mich da nicht. Nicht, hör auf, ich will die Lava da wegnehmen. Ja, das wollte ich ja auch haben. Oh, ich brenne. Soll ich dich doch doch fluten? Nee. Der schadet ja noch niemandem geschadet. Ja, Eisen ist bei mir immer noch Braveheart. Ich finde das einfach nur zu cool. Uah! Keine Ahnung, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Seitdem die Lava weg ist, ist es ja gar nicht düster geworden. Bei mir ist es auch scheine dunkel. Trotz meiner Gloucester aus. Boah! Du musst jetzt doch Wookiee machen. Ja, das ist doch wunderschön. Ey, ob es dafür eine Texture Pack gibt, wo die Zombies einfach nur Wookiee sind? Wookiee, hast du noch irgendwo Lava, Steffen? Ich suchen gerade. Wir sind hier unter Wasser, irgendwo wird es hier schon eine verannte Höhle geben. Ja, hier gibt es eine übelste Höhle. Aber es kommt ja keiner mit. Ich bin hier ganz alleine mit den ganzen Knurren und Edwissen. Oh Steffen! Steffen, brauchst du meine Hilfe? Nein, komm schon. Habe ich da gehört, dass jemand meine... Danke. Danke, ich hatte nämlich gar keine Lust mehr hier abzubauen. Das wird mir auf Dauer ziemlich langweilig. Ich sehe, nimm mal den Eimer mit. Aua. Bin gefallen. Bin einmal auf den Kopf geschmissen, nimm den mit und gut ist. Ja, ich hab's gemerkt. Ich helfe jetzt Steffen bei der Höhle. Mir reicht's. Okay, Lust mehr abzubauen. Ich widersetze mich. Oh, hier ist ein Knurren wie Sau. Knurren wie Sau. Das hört sich ja sehr interessant an. Ein Knurren wie Zombie ist mir auch Wurst. Och, da kam Wasser von oben. Es war diesmal nicht meine Schuld. Nö, es war meine. Auch ein Lager macht mein Fehler. Es war mein... Es war meine... Epischerweise meine Eisenrüstung anziehen. Ohne Textur. Und weiter geht's. Steffen, wo bist du? Öööö, ich habe grad irgendeine Zombiehöhle gefunden. Ich glaube, es ist ein Spawner. Jan, war Steffen hier unten? Ja. Alles klar. Steffen! Oh, hier ist Party, ein Creeper. Ich höre, dass hier irgendwo Party ist und ich höre einen Creeper. Der Creeper hat gerade zwei Skeletten und Sammy gekillt. Creeper, du bist der Held, du bist ein Held, Creeper. Und noch ein Skelett tot. Steffen, ich bin genau hinter dir, keine Angst. Ich meine, ich würde jetzt Angst haben, wenn ich nicht hinter mir stehen würde, aber... Creeper! Stirb! Ah, super. Passend. Oh, es geht direkt weiter. So, kommt mir auf die Pen vor. Oh, cool. Oh, töten, töte ihn doch nicht. Oh mein Gott, spinne. Ich mag keinen Spinn. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe noch ein paar. Die Spinne will ein Song, finde ich, oder? Kommt gerade ganz, ganz viel und die Spinne wollte mich. Creepers, Creepers. Oh, zwei Creeper. Warte, lass den sprengen. Zwei Creeper und drei Zombies. Jetzt noch zwei Zombies. Jetzt ist die Fackel verbraucht. Brauchst du ein paar? Ich habe noch einen 64er. Hier? Ja, schmeiße, ja. Danke. Alter, das verlassen Zombies sehr. Hör die Kohle, bauen wir nachher ab. Boah, hier rächelt schon wieder so ein Drecks hier rum. Steffen, mach mal wieder kurz save. Ey, hinten ist ein Minenschacht. Kein Witz, hinten ist ein Minenschacht. Und Lapis. Jawohl, Minenschacht. Ja, wir sind Helden. Das heißt, wir finden hier auch irgendwann mal einen Spawner. Ich kriege gleich erstmal Lasagne essen. Werde ich auch gleich tun. Ihr seid blöd. Ich habe einen Spawner gefunden, ich habe einen Spawner gefunden. Oh, wie süß, was hast du denn gefunden? Zombies, glaube ich. Giftspinnen. Ne, ich glaube Zombies. Weil keine Dinge ins Kirchens da sind. Keine Ahnung, es hat Schweineskin. Es ist ein Schweinespawner. Den wärs. Ein Slime. Wo bist du denn, Mann? Ich glaube, es ist ein Slime-Spawner. Es gibt keine Slime-Spawner. Okay, dann attack mich jetzt ein Slime. Der glitscht hier einfach nur rum. Hier bin ich. Hier glitscht ein Slime rum, Alter. Der glitschte. Hier nehmen wir mal den Slime mit. Ich packe den Muzzy ein hier. Ja, ich packe den Muzzy nicht. Ich packe hier Lapis ein. Eigentlich noch irgendwo Lapis ein bisschen. Hier ist Gold. Woaa, Zombies schaut auf einmal hinter mir auf. Verarsch mich da nicht, ey. Alter. Ich schnapp hier die Kohle. Das Ding auch richtig ausleuchten. Oh, ich hab grad ein Dings gehört. Und was? Äh, was sind die Dinger? Ein Skelett? Nein. Oh! Ich hab ein Gast gehört. Ein Gast? Ja. Seit wann sind die an der Oberfläche? Ich hab keinem Plan. Da fehlen hab ich einen gehört. Die Gast machen doch hier. Äh, nicht. Ja, ja. Gast sind so, äh. What the fuck? Ah, Skelette. Oder es, es kann auch ein Indiment sein. Ich glaub die machen so ähnliche. Ein Gast an der Oberfläche. Ihr seid auch. Die Helden. Wenn er da da ist, dann kann er sich implementieren. Steffen war der Held. Was laberst du? Ah, die Kiste hat er natürlich ein blinder Dementador. Das kann er besonders gut. Ja Steffen, du warst mit mir noch nie Kisten farmen. Du kannst gar nicht wissen, ob ich Kisten gern plündere. Auch wenn ich's gern tue. Hallo. Wow, erschrifft mich auch noch. Jetzt geh ich erstmal in den Kuchen. Enderman-Gerage auf die Spur. Ja, ich hab ein bisschen Gold gesammelt. Skelett. Dammter Minenschat. Welche ich da hasse. So unübersichtlich. Bringt das Holz mit, das ist alles. Ja, ist klar. Alles klar, ich hab meine Axt nicht dabei. Hier war das geiles Geräusch. Bin ich gespannt. Ist das ein Endman? Ist ja noch so ein scheiß Skelett. Oh, was macht der für eckige Geräusche hier. Da kommt ein Zombie eintroffen. Äh, ich hab ganz viel Lava gefunden. Das ist sehr schön. Ja, dann bringen wir ein paar Eimer mit oben. Ich hab keine Eimer dabei. Oh, ich hab auch Lava gefunden. Komische Geräusche ist immer noch da. Kommt ihr jetzt nach oben, holt euch Eimer und bringt Lava mit. Ich hab andere dabei. Ich muss mir jetzt mal ein Schnitzel reinziehen und hier sind so viele verdammte Skelette. Oh nein, ich hab den Enderman anguckt. Mach ihn tot. Enderman macht nichts, er ist gestorben. Creeper. Skelette, überall Skelette verdammt. Monster Party. Von oben läuft Lava durch. Leck ist... Ah, Giftspinn. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich hab ganz viel Kohle. Hier ist ein Gefluchteterminschacht. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, aber wir sollten aufhören nach unten zu bauen, nach von oben aus. Weil im Endeffekt landen wir hier drin. Da oben ist schon wieder ein Zombie. Da flucht der Scheiße. Oh, Steffen, hör doch mal auf solche Worte zu benutzen. Geil. Sowas kann man nicht tolerieren, das ist... Muss Kai die ganze Zeit Piepäusche setzen. Ja. Den Shit hört sich doch eh gar nicht an. Das sagst du. Ich mein, wir spielen Minecraft, wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Oh, ich hab ganz viel Lava gefunden. Beste, wir bauen Block ab. Unmenschlich viel Lava. Und da einen verbrannten Creeper. Ich hab ein Skelett gefunden. Oh. Es ist weg. Kein Witz, es ist weg. Noch ein Lava-Loch. Oh, es geht so. Oh Alter, es trifft mich auch noch. Es glitscht in der Wand. Oh, es geht so. Super. Drei Eimers Lava. Drei Eimers Lava. Drei Eimers Lava. Alles, nur keine Diamanten. Ich mein, eine Menge Eisen, die ich mal abbauen könnte. Ich bin noch nicht auf Eisen, äh auf Diamanten-Ebene. Verdammt. Ähm, ja. Ganz viel Eisen. Und ne Schiene hab ich abgebaut. Wow, Creeper, wo geht denn her? Ich weiß nicht, aber irgendwie machen die Creeper an Personen keinen Schaden. Ja, das wär auch grad auf. Das wär ich glaub ich hinübergegangen. Das wär ich vorhin auch bei mir daheim gestorben. Eiskalt. Gott, ich komm aus dem Minenschacht mal raus. Ich hab mich hoffnungslos verlaufen. Alter, hier sieht's aus, Mann. Ja, ich komm hier auch absolut gar nicht mehr raus, aber Jan hat sich hier oben den Homepoint gesetzt, soweit ich weiß. Könnte sein, es ist es aber nicht. Wie, jetzt ist es nicht? Laber! Was, labern? Du sollst nicht labern, Mann. Warum nicht? Mach doch mal Spaß. Oh, Jan. Ja, vier Eimer labern. Ah. Das ist also bei dem, wo ich gerade war. Hängt wieder alles zusammen hier. Ja, das ist Minenschächte halt. Ich komm hier grad auch nicht zurecht. Ich komm gerade überhaupt nicht zurecht. Ich glaub ich hab rausgefunden. Ich glaub ich hab rausgefunden. Ah, ich folge auch an der Fackelspur. Die verläuft hier irgendwie nichts. Ach Gott. Oh, Mann. Cola bauen. Kohle, 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 Kohle. Riesige Höhle. Mit vier Skeletten drinne. Ähm, ist das eine Dreckhöhle? Nein. Ja, ich hab nämlich einen riesen Platz mit jeder Menge Dirt gefunden. Also, richtig eine Ebene Dirt. Alter, ich bin tot. Könnte ich was schon bei Skalaten? WTF? Und ich hab keinen Plan, wo meine Kiste liegt. Ja, es ist schlecht für dich. Jan? Ja? Deine Dienste? Meine Dienste schon wieder. Hab aber auch gefragt heute. Ja, Jan. Immer. Ja, ich hab nicht mehr mehr. Da gibt's keine Schafe, aus denen man mal kurz ein Bit machen könnte. Dann bring doch ein Bett mit. Ich bring drei mit. Ich bring drei mit.